Leute, wir sind zurück. Bowser's Fury. Im letzten Part haben wir die Giga-Glocke zweimal aktiviert. Das zweite Mal war der Endkampf. Ich weiß noch nicht, ob ich den Endkampf rausgeschnitten hab bei dieser Aufnahme, weil die direkt danach stattfindet. Wir müssen jetzt die Katzenbabys suchen. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich hab's doch noch nicht ausprobiert oder jetzt geguckt. Ich will's auch nicht unbedingt gucken. Da ist schon das nächste Katzenbaby. Okay, jetzt müssen wir erstmal das hier machen. Nice. So, die hätte ich alle besiegt. So, den auch. Den auch. So, irgendwo ist noch ein Gegner da. Easy. Damit haben wir die nächste Katzeninsignie. Aber wir haben, wie gesagt, noch einige. Kampf der Fußspuren. So, hier ist das nächste Katzenbaby. Dich nehmen wir mal mit. Und bring dich mal zum Mami. So, das ist Nummer zwei. Zwei von fünf. So, wir haben hier noch einiges freizuschalten, wie ihr seht. Äh... So, ich müsste jetzt aber erstmal sehen, wo... Gigabowser wird bald wieder auferstehen. Das ist beschissen. Da unten ist die nächste Katze. Sehr gut. Ach, Dreck, Alter. Danke. Ich wette, ich kann nicht mit dir da rein. Ja, gut. Dann weiß ich, was ich tun muss. Das wird richtig ekelhaft. So, Vorsicht. Perfekt. So, damit hast du hier das dritte Baby. So, zwei fehlen noch. Könnte sein, dass hier unten eins ist. Anscheinend aber nicht. Wir müssen halt gucken. Und zwar genau gucken. So, dann rennen wir mal. Da drüben habe ich schon ein Katzenbaby gefunden. Das ist nur eine Feuerblume. Ja, die ist ja eh Wayne. Kann ich die Vögel verwandeln in Hühnchen? Nee, leider nicht. Wäre ja auch zu witzig gewesen. Aber ja. Egal. Gut, das haben wir. Hm. Ich habe die einfach... Ja, gut. Arme Katze, tut mir leid. Eigentlich nicht, aber eher was soll's. So, dann gehen wir erst mal hier lang. Mal gucken, ob wir hier drüben noch zwei andere Katzen finden. Weil zwei Gebiete gibt's hier ja, die wir freischalten müssen. So oder so. So, und dann einmal geradeaus. Das ist ja fies. Da muss es der Weg sein, oder? Nee, der war falsch. Ja, der ist auch nicht. Da muss es der da hinten sein, oder? Ja. So, jetzt können wir hier lang. Perfekt. Baby Bowser hat ihn gekillt. Äh, Bowser Jr. hat ihn gekillt. So, wir müssen... Leider einmal hier rauf. Boom! Wegrasiert, Alter. Sehr schick. Das hätten wir erledigt. So, das war Nummer zwei. So, perfekt. Äh, jetzt ist die Frage, wie müssen wir am besten lang? Wir müssen hier... 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 So, und dann können wir hier lang. Nice. Lass den Leuchtturm strahlen. So, damit hätten wir auch... Wie Katzen-Insignien... Fünf Katzen-Insignien-Stücke. Geil. Wir kommen gut voran. So, dann einmal auch wieder hoch. Gut, aber sonst haben wir hier nix. Äh... Dann sollten wir mal rennen. Ein Katzen-Insignien... Auf Schleusentors Kante. Da unten wird auch noch irgendwas sein, aber... Äh, das lassen wir mal. Weil wir wollen uns erstmal hier drum kümmern. Also mal alles, was wir hier machen können. Hm. Da sind die Wutblöcke. Bowser müsste gleich eigentlich erwachen, oder? Weil dann bleiben wir jetzt kurz hier... Oh, guckt euch das mal an, Mario, Alter. Kann Mario ertrinken? Das würde mich interessieren. Los, Bowser. Komm, zeig dich. Oh, ich kann mir vorstellen, dass das mit der... Mit der Jagd auf den blauen Münzen echt furchtbar wird. So, und hoch. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ja, ja. Okay, wir haben... Jagd auf blaue Münzen. Jetzt sag nicht, dass es entfernt ihn, Alter. Dann raste ich aus. Ach, scheiße. Ja, komm, leck mich. So, damit haben wir uns, Bowser, leider erstmal vom Hals geschafft. Was halt richtig beschissen ist diesmal. Weil ich leider nicht weiß, wann der das nächste Mal auftaucht. So, und die Wutblöcke sind auf der anderen Seite. Das ist super, Alter. Geil, Alter. Freue ich mich richtig hart. Fue ich richtig nice. Einen Moment. Moment. Einmal die... Ja, geil, Alter. Ah, das War... Ja, geil. Gut, das macht die Sache natürlich sehr interessant. Das Warpen beschleunigt die ganze Sache jetzt ein bisschen. Gut, dann können wir hier... So, perfekt. Wo ist der Schlüssel? Da ist der Schlüssel. Gut, wir müssen da hinten hin. Das war easy. Das war ziemlich nice. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Jetzt fehlen uns nur noch die Wutblöcke. Wir wissen ja, wo sie sind. Bowser braucht aber noch eine ganze Weile, bis der erwacht. Perfekt. Einmal hoch. Ja, so lange braucht er gar nicht mehr. Vielleicht noch zwei, drei Minuten. Aber jetzt müsste er ja auch wieder schneller erwachen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Dieser Leuchtturm hatte eben eine glänzende Idee. Hast du schon mal versucht, Amiibo zu verwenden? Ja, wir kriegen dann, äh, Power-Ups. Aber man kriegt genug Power-Ups. So, ja, Bowser wird gleich erwachen. Das ist sehr schön, dass das so schnell geht. So, weil dann haben wir das hier auch abgeschlossen. Das ist sehr geil. Ich bin, äh, wie, ich bin gespannt, wie viele, also fünf, äh, Cat-Shines kriegen wir ja schon mit Bausesser Wachen. Weil da ja sich eine Insel freigeschaltet hat. Alter. Das hätte ich nicht gedacht, aber... So, es geht los. Da ist die Insel. Da ist die Insel. Sehr schön. Zerstöre die Wutblöcke. Damit hätten wir das hier geschafft. Sehr geil. Gefällt mir. Damit hätten wir, äh, wie hei... Den Röhrenturm hinter uns. So, dann können wir uns von hier, äh, verziehen. So, dann auf auf die andere Seite. Und es fehlen immer noch zwei Katzen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die relativ weit weg sind und wir da noch nicht hinkommen. riskante Röhrchenhöhen. Hier haben wir Wutblöcke. Damit hätten wir die auch schon mal gefunden. Gut, hier unten ist schon mal nichts. Aber die Musik ist nice. So, damit hätten wir das. Aha. So, dann einmal vorsichtig. So, dann einmal vorsichtig. Gegen hier. So, dann einmal. So, dann einmal. So, dann einmal. So, dann einmal. mir das Ding holen. Oh Gott. Damit haben wir eine Katzeninsignie. Fünf Katzeninsignienstücke haben wir schon erledigt. So, gerade noch rechtzeitig. Sprunghafter Wutschatten haben wir auch erledigt. Damit ist das Gebiet auch befreit. Oha. So, es geht los. Wutbauser ist am Leben. Aber wo ist er? Da. Oh, Kacke, Alter. Der Leuchtturm steht richtig hart im Weg. Sehr schön. Jetzt steht er richtig. Nice. Zerstöre die Wutblöcke. Damit sind wir den Lappen los. Plessy, komm mal her. So, komm. Schnell, Mario. Easy. Drehen, klettern, strahlen. So, jetzt können wir aber schön die Karte aufrufen, uns hinwarpen. Katzenfassis zum Frühstück. Kann ich die so besiegen? Nee. Die kann ich nicht besiegen. Jetzt ist die Frage. Katzenfassis zum Frühstück. Ah, okay. Hier ist sie. Ich wunderte mich nämlich... Na. Gut, ich muss alle Katzenfassis aufrüstücken. Und einmal hier. Und Vorsicht. Na, komm. Ist ihn auf. Sehr nice. Wo sind die restlichen Viechers? Ah, scheiße. Ich hab sie vergessen. Nice. Easy. 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 So, Katzenfassis zum Frühstück. Die hätten wir auch. Und der letzte schaltet sich wahrscheinlich erst wieder frei, wenn wir uns einmal warpen. So, tschüss. Dann warpen wir uns doch mal. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Gegen die Zeit. Hüpfe hinter die Mauer. Ja. 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 Geil, Alter. Und geschafft. Gegen die Zeit hüpfen wir hinter die Mauer. Damit sind wir mit dieser Insel auch fertig. Und wieder eine Insel, die wir auf abgeschlossen setzen können. Wir suchen aber immer noch nach den zwei verschollenen Kätzchen, die wir noch haben. Ich sehe schon, das ist die falsche Richtung, aber es ist mehr Wayne. Hast du gut gemacht. Plessy. Du Spast. So, komm. Den kriegen wir aber doch noch rein, oder? Ja, hier werde ich gleich untertauchen müssen, glaube ich. Äh, geh doch da durch, Alter. Ah, doch nicht. Okay, let go, Alter. Easy. Gegen die Zeit. Schwimmend zum Sieg. Zum Insignia. Gut, dann können wir aber gleich wieder hier hin. Nee, Moment mal. Können wir jetzt noch mal hier hin? Hier muss ja irgendwo Plessy sein. Da ist sie auch schon. So, das war leicht. Ach, hier ist eine der Kätzchen. Okay. So, jetzt ist halt die Frage, ähm, wo wir Plessy halt so schnell finden. Ah, hier unten. Gib Gummi, Alter. Und damit haben wir sie. Plessy-Medaille im Meisterschaft. Sehr schön, Alter. Wir kriegen die Katzen-Signien relativ schnell zusammen. Aber wir haben noch ein Kätzchen gefunden. Das ist hier unten. Komm mal mit, Alter. Jetzt wird's ekelhaft. Scheiße, die wird auch böse. Oh, yes. Das ist richtig beschissen, Alter. Alter. Ja, ja, ist egal. So, weil wir müssen hier einmal hin. Ach, er ist schon wieder verschwunden. Danke, Alter. Hat sich richtig gelohnt. Gut, die Wutblöcke können wir noch nicht machen. Mehr Katzen-Dinger möchte ich auch gerade nicht verschwenden. Dann heißt es wieder einmal, hier kann ich mich nicht hinwarpen, ne? Das ist halt richtig hart für den Arsch. Der kann mich nur zu verschiedenen Leuchttürmen warpen. Ganz blöde Sache. Geh mal weg, Alter. Geh mal weg, Alter. Auf zur Mama. So, und eine Katze dürfte noch da hinten irgendwo sein. Da wette ich drum. Hundertprozentig. So, die Katzen-Glocke schläft. Die werden wir auch erst wieder erwecken, wenn wir alles haben. Oh, scheiße, Alter. Oh, nee. Ah, danke. Wenn wird die Katze hier irgendwo sein? Tschüss. Mal mich an! So, sehr schön. Und einmal rauf. Hier ist nix, okay? Gut, das lohnt nicht. Vergiss es. Tschüss. So, das nehmen wir einmal. Uah! Da ist auf jeden Fall was drunter, aber kommen wir gerade nicht ran. Das kannst du schön vergessen, Alter. So, den hätten wir auch. Ich hoffe, ich mache hiermit jetzt keinen Fehler. Oh, Glück gehabt. Das ist eine Abkürzung. Sehr schick. So, easy. So, damit haben wir hier drei von diesen Katzen-Insignien-Stücken schon gesammelt. Das habe ich gut gemacht. Ich bin ein richtiges Genie, Alter. Bitte, gebt mir den Nobelpreis. Oh, yeah. Oh, yeah, Alter. Ich weiß, ich kenne diesen Boss noch aus Super Mario 3D World. So, hinfort, Katzen-Bulli-Prinz. Das war's dann. Easy. Damit haben wir hinfort Katzen-Bulli-Prinz geschafft. Da ist das letzte Katzen-Baby. So, aber das werden wir erst im nächsten Part abgeben. Leute, ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Wir haben den Katzen-Bulli-Prinz besiegt und fast alles geschafft. Ähm, ja. Ich hoffe, euch gefällt der Part. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Liked dieses Video. Abonniert den Kanal für mehr Mario-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020